Was hat ein Kölner Dieb mit meinem Bachelor zu tun? Ich war schon immer jemand, der gerne Fahrrad gefahren ist, ob in Trier zur Hochschule oder in Köln zum Praktikum. Als ich es jedoch zwischen den Jahren über ein Wochenende am Kölner Bahnhof abgestellt hatte und ich nach Silvester wieder zurückkam, war mein Fahrrad weg. Daraufhin habe ich mir ein neues gekauft, was dazu führte, dass man am Wochenende auch mal wieder größere Touren gefahren ist, wie zum Beispiel von Köln nach Bonn oder von Trier ans Dreiländereck. Dabei ist mir jedoch aufgefallen, dass Radwege oftmals nur sehr wenig bis gar nicht gestaltet sind, egal ob Wegweiser oder Infotafeln. Irgendwann stieß ich jedoch auf einen Flyer, der mir von der Gestaltung her sehr gefiel. Ein Flyer vom Kupferkulturradweg im Mansfeld Südharz Auf dem Flyer war eine kleine Karte als Übersicht, auf der man sehen konnte, wo lang die Route geht, ein paar kurze Texte, die den Radweg inhaltlich beschrieben haben, und ein paar Bilder, die einem einen Eindruck davon geben konnten, wie es auf dem Fahrradweg aussieht. Der Flyer hatte sofort mein Interesse geweckt, worauf ich in den Kontaktinformationen nachgeschaut hatte und auf der Instagram-Seite des Radweges gelandet bin. Auf Instagram waren themenspezifische Posts zu finden. Manche zum Thema Bergbau, manche zum Thema Kupfer, einige über anstehende Veranstaltungen oder die Kupferspuren-App. Während ich mir die App runterlud, schaute ich auf der Webseite des Kupferkulturradweges vorbei. Dort hatte man die Möglichkeit, seine Route im Voraus zu planen, weitere Informationen über das Themengebiet Bergbau zu bekommen oder wo man übernachten kann. Sobald ich die App auf meinem Handy hatte und meine Route geplant war, konnte es auch schon gleich losgehen. Als ich in Sangerhausen ankam, konnte man auf dem Boden und auf Schildern schon die ersten Wegweiser für den Radweg entdecken. Ich startete mit meiner Schwester die Tour. Als wir in Hedstedt ankamen, bekamen wir von einer Touristeninfo eine Karte über die Stadt. Auf der Karte war zu sehen, wie der Radweg durch Hedstedt geht, an welchen Highlights er vorbeigeht, inklusive kurzer Erklärungen, und einer kleinen Übersichtskarte der Talstrecke des Radweges, inklusive Höhenprofil. Durch die Karte wurden wir auf das Humboldtschloss aufmerksam, welches heutzutage als Museum genutzt wird. Als wir an dem Schloss mit dem Fahrrad ankamen, befand sich vor dem Gebäude eine Infotafel über das Museum. Auf der waren Texte, welche die Geschichte des Schlosses erzählten, die aktuelle Ausstellung, sowie Ticketpreise, Öffnungszeiten und weitere Informationen zu lesen. Das Museum beschäftigt sich mit der 800-jährigen Bergbaugeschichte, wie diese das Land und die Leute geprägt hat, mit Alltagsgegenständen und Werkzeugen aus verschiedenen Epochen und bietet auf seinem weitläufigen Außenbereich viel Platz, um den Prozess der Kupferveredelung nachzustellen. Zu sehen ist auch, wie aus einem Abfallprodukt der Kupferveredelung Pflastersteine hergestellt werden, welche weltweit ein Verkaufsschlager waren und bis heute noch viele Straßen verzieren. Nachdem wir das Museum besucht hatten, konnten wir unsere Tour fortsetzen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ich merkte, wie mein Reifen immer mehr Luft verlor und ich letztendlich einen Platten hatte. Zu meinem Glück verfügte Radweg über einzelne Reparaturstationen, die ich auf der App auf der Karte anzeigen lassen konnte und gesehen hatte, dass ich mein Fahrrad bis dahin nur wenige Meter schieben musste. Als wir laut Navigation da waren, standen dort zwei Reparaturstationen. Sie boten einem die Möglichkeit, sein Fahrrad aufzubocken, es war Werkzeug vorhanden, eine Luftpumpe und Steckdosen für E-Bikes. Zwischen den beiden Stationen stand ein Automat. Ein Automat, der nicht nur Getränke und Snacks zu verkaufen hatte, sondern auch alles hatte, was bei einer guten Radtour nicht fehlen darf. Zu meinem Glück gab es dort Reparatur-Kits und Flicken sowie ganze Schläuche. Auch weitere Kleinigkeiten wie Regen-Capes, ein Sattelschutz, Kettenfett oder Sonnencreme waren vorhanden. Nachdem ich meinen Reifen geflickt hatte und wir weiterfahren wollten, bemerkten wir im Hintergrund die Spitzgegelhalde. Über die App informierten wir uns darüber, dass bei der Kupferveredelung pro gewonnener Tonne Kupfer ca. 45 Tonnen Schlacke entstehen und im Anschluss auf einen Haufen geworfen wurden und nun als Halden im ganzen Landkreis zu finden sind. In der App hatten wir dann eine Übersicht über die komplette Route und konnten auf der Karte auch nochmal die genauen Highlights anzeigen lassen, welche sowohl vor als auch hinter uns lagen. Gegebenenfalls auch, welche Toiletten in der Umgebung sind oder wo sich Lademöglichkeiten für E-Bikes befinden. Uns ging es jedoch um die Routenplane, bei denen man zwischen verschiedenen Routen auswählen konnte. Sobald man sich entschieden hat, startet das Tracking der Route. Während man fährt, sieht man einerseits die aktuellen Zeiten, kommende Streckenupdates sowie weitere Vorschläge für Sehenswürdigkeiten abseits der gewählten Route. Die App bietet auch eine AR-Navigation an, welche mit Hilfe von digitalen Wegweisern einem hilft, den Weg zu finden. Somit konnten wir unsere Tour also problemlos fortsetzen, um die kommenden Highlights auf dem Kupferkulturradweg zu entdecken. Mit der App konnten wir bei den Sehenswürdigkeiten nicht nur kurze Texte lesen, sondern hatten auch die Möglichkeit, per Audio-Guide zu den jeweiligen Themen sich zu informieren. Hier nochmal eine kleine Übersicht der Kupferspuren-App. Auf meiner Smartwatch hatte ich zusätzliche Funktionen, wie eine Übersicht über die Etappe oder mir weitere Statistiken anzeigen zu lassen. Nachdem wir die Etappe beendet hatten und meine Radtour damit vorbei war, kaufte ich mir zum Schluss noch eine neue Satteltasche als Souvenir und beendete damit meinen Ausflug auf dem Kupferkulturradweg in Mansfeld-Südharz. Hier ist nochmal eine visuelle Zusammenfassung von den Erlebnissen, die der Landkreis zu bieten hat. Da der Radweg jedoch in der Form, wie ich ihn hier vorgestellt habe, noch gar nicht existiert, sondern sich noch in der Planungsphase befindet und frühestens in zwei Jahren mit dem Bau angefangen werden soll, bin ich sehr froh darüber, dass ich die konzeptionelle Gestaltung dieses Radweges durch meine Bachelorarbeit entwickeln durfte. Die Gestaltung begann mit dem Logo. Der Bildmarke, welche sich aus einem Radfahrer und den Spitzkegelhalden zusammensetzt und durch die Wortmarke Kupferkulturradweg ergänzt wird. Als Primärfarbe wird ein Orangeton verwendet, welcher für den namengebenden Kupfer in der Region steht. Als Sekundärfarbe wird ein Dunkelgrün verwendet, welches sich einerseits auf die grüne Umgebung bezieht, aber auch in der Korrosion des Kupfers zu erkennen ist, wie man es zum Beispiel von der Freiheitsstatue kennt. Des Weiteren wird noch ein warmer Weißton verwendet und ein warmer Grauton, um mit ihm wieder Bezug auf den Bergbau und die Halden in der Landschaft anzuspielen. Als Textschrift habe ich mich für die Cersei entschieden und für die Überschriften, die Cersei rounded, welche als abgerundete Sanserif eine freundliche Wirkung ausstrahlt und dadurch gut zum Rest der Gestaltung passt. Dies ist hier als kurzes Beispiel anhand von Visitenkarten zu erkennen. Folgende Orientierungselemente sind während meines Bachelorprojektes entstanden, wobei ich einen Schwerpunkt auf die Gestaltung eines theoretischen Parkplatzes gelegt habe. Angefangen mit der Gestaltung der Infotafeln von Mülleimern, dem eben genannten Automaten, den Wegschildern, Sitzmöglichkeiten auf dem Parkplatz, Fahrradständern, den Reparaturstationen sowie nötige Lampen für den Parkplatz und mit Fahrrädern. Wenn man diese Gegenstände noch anders anordnet, ergibt sich das Konzept für einen gut nutzbaren Parkplatz, welcher in realer Umsetzung so aussehen könnte. Zuletzt noch einmal eine Projektübersicht, wie die Gesamtwirkung des Konzeptes miteinander funktioniert und gut als zusammengehörige Gestaltung zu erkennen ist. Dies war mein Bachelorprojekt, bei dem ich mich auf jeden Fall als erstes nochmal bei meiner Schwester bedanken muss, die mir das Projekt überhaupt erst so ermöglicht hat und ich das Projekt in diesem Umfang bearbeiten durfte. Natürlich auch ein großes Dankeschön an Professor Christopher Ledwig für die Betreuung und Unterstützung meines Bachelors, sowie bei meinen Freunden und Familie, die mir die letzten Wochen alle dabei geholfen haben, das Projekt so umsetzen zu können, wie es nun final hier vorgetragen wurde.